Dieser Mercedes bekommt eine gründliche Wäsche verpasst. Und zwar im Innenraum. Doch den Machern dieses YouTube-Videos geht es offensichtlich nicht um die Sauberkeit des Wagens. Zum Einsatz kommt ein Hochdruckreiniger der Firma Hammelmann und der dient eigentlich dazu, Ablagerungen im Inneren von Tanks zu entfernen. Zwei rotierende Düsen versprühen 250 Liter pro Minute mit bis zu 1600 Bar. Die Hightech-Höllenmaschine wütet im Wageninneren wie ein Hurricane. Sogar die Scheiben gehen unter so viel Druck zu Bruch. Das Ergebnis, die Wasserstrahlen haben den Innenraum geradezu in Kleinholz verwandelt. Hier von Totalschaden zu sprechen, ist wohl nicht übertrieben. Bei YouTube spaltet das Video die Gemüter. Immerhin handelte es sich bei dem zerstörten Auto um einen völlig intakten 190e, ein durchaus begehrter Youngtimer. Da blutet manchen Mercedes-Fan sicherlich das Herz.